die johannöle und moin moin ihr lieben da sind wir wieder einer runde primäres fernheulen ja wir haben plan für heute den werden wir auch gleich in die tat umsetzen das chantal erzählt immer ganz gerne mal geschichte geschichten abends ganz schön hier zu sitzen dann schön es geht um in den geschichten eigentlich immer wir wollten mal gerne endlich mal so eine hütte weiter bauen kann nicht gewuppt hier die mission erzählen sich geschichten von dieser höhle ja wir heute hier bei den jacks mal vorbeischauen weil wir das für die winterklamotten brauchen hier sind wieder 1000 wölfe das auch wieder mega ätzend er kann schwimmen und fürchtet sich nicht vor feuer wir werden dahin gehen oder wenn wir hier mal bei den jacks gucken denn wir suchen ein seltenes weiß jack richtig in erinnerung habe ja auch weiterhin leider ohne ohne facecam immer noch krank ich sehe immer noch rotte aus 4 wochen inzwischen schleppe ich diesen mega nervigen infekten herum und was haben wir denn hier 26 mir fehlt holz ernsthaft viele ich ja eigentlich so dass sie okay das ist der außenpost wie wir letztes mal er gehobert haben und die noch von dem bogen sehen auch ganz cool aus so holz eventuell hier immer noch dieses komische blaue ding und ich die hand aber irgendwie ist sie hier nicht die hand wir machen noch mal irgendwas anderes falsch oder was ich weiß es nicht irgendwie sehe ich die auf jeden fall nicht vielleicht auch da oben mal wieder zur abwechslung ja es ist auf jeden fall sehr kalt hier ich muss mir aber die richtung ausnoten wo wir hin wollen und zwar sind wir jetzt gerade hier und gehen natürlich ausschalten in die falsche richtung da hinten müssen wir hin wissen er sind ja völlig falsch muss man ja er da ja wenn man auch zeit schenken wo man hier immer so hier soll es jetzt also jaks geben richtig aber nicht ziemlich genau hier dann schauen wir mal für jaks vielleicht auch lieber über sperren mal gucken wie es mit sperren aussieht wäre habe ich hier und voll fehlende zutaten zum beispiel eine zutat knick dankeschön ist das ist das nicht in jakt das ist auf jeden fall ein wenn ja ist natürlich die frage und jakt ist mir schon klar muss ja mal raus wie man jakt überhaupt tötet also so ein schwer und wenn er da noch mit drauf geht das geht dann relativ fix offensichtlich okay soll so sein ich habe hier momentan bestimmt dicke finger auf dem richtig dass ich immer mal wieder auf irgendwelche tasten drauf komme ich eigentlich gar nicht drauf kommen wir aber die jack sind auf jeden fall sehr sehr defensiv das gefällt mir schon ganz gut ich hatte gerade linsensuppe gegessen bohnensuppe nein ich würde sagen ich würde doch jetzt nicht runter gekugelt sein oh der lappen ey oder das auch doch mein späer noch wieder zurück kann man ja wenn das jeder macht eine ja späer noch nicht auch ganz ganz gut spaß muss man auch ganz klar sagen aber da hat mich so richtig viel money also gerade ja ich habe Thomas getötet so ja danke hergeben und er hat mich wieder ein speer gekostet richtig so in der formel habe ich noch gar nicht gesehen oder ziege sicher oder die sehen einfach noch anders aus weil die sondern wegen der hörner nicht dass hier nicht schon so wir suchen immer noch neue jaks ist das eine höhle hier? eine höhle? cool ok die ist hier gar nicht angezeigt oder? das ist ja spannend die sind über eine höhle gestolpert ist das die fesslung die wir vor hinten, da sind wir noch voll weit weg was für eine höhle hier egal da steht irgendwas alter das ist immer wieder am anfang sehr interessant boah einfach mal so eine höhle hier auch schön so ein seltenes weißes jakt haben wir aber trotzdem immer noch nicht gefunden klingt schon ein bisschen uncool der hat sich auch verpfiffen hier so leute ein weißes jakt hätte ich gerne eine weiße jacke das ist auch wieder ein ein normalo jakt wenn ich ja immer zwei sperre reinhauen kostet mich das jedes mal ein sperren ne habe ich beide gekriegt das draufstehen so würde so gerne das weiße jakt kriegen weil ich mir dann endlich die die winterklamotten dann muss ich mich nicht mehr mit dieser wintergeschichte beschäftigen mal gucken wo wir auf der karte sind oh wir sind aber schon was ist das venger helfen bestie töten das wäre also quasi genau die andere doch ooo nä �� war ne gute idee Wow dann das nochmal unser Kollege wo ist denn der ist jetzt weiß ich ja kein wohnsoweit jak gezwickt oder super versteckt habe ich überhaupt nicht gesehen wo sehr hin doch nach da ganz unten ist klar wir sind hier und da unten scheint da jetzt die musste sein federn war gut mir ist karl haben wir verkackt das kommt davon wenn man zum beispiel mal noch ressourcen einsammelt und so aber okay das ist unser schönes kleines hallo mehr jacks mehr jacks vielmehr jacks ja das ist natürlich mal wieder vielleicht soll ich mir auch einfach mal wenn ich mir da freue ich werde ich bin mal auf die suche machen aber eigentlich wollte wollte ich das ja hier mit euch zusammen erleben mal was hier was sie in sachen noch mann 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 guten tag warum ist die zone hier markiert keiner weiß es nicht genau hier ist auf jeden fall wieder kalt warum ist das hier markiert mhm vorsinnig ok ja das mit dem jack finden nicht so spannend gerade auch der versuch jetzt dort oben hin zu kommen scheint gerade fulminant zu scheitern aber eigentlich würde ich doch jetzt da oben hingehen wollen dann ist zwar der bär aber da ist dann auch karrusch da oben also müsste ich eigentlich versuchen irgendwie da hoch wo wir gerade vom bär gesprochen haben ja 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 klar weißt du jetzt hier einfach nochmal schnellen bären töten und dann ist hier wieder ganz ganz loma land am start weil ich schon ja wer lebt zu haben da oben soll einfach mal in ruhe hier gegen marschieren können ganz schön blutig hier was auch ein pfeil für mich eventuell braucht ihr doch gar nicht mehr ist das sein weißes jack ist das da ein weißes jack schon wieder ein bär das heute kann ich wüsste hier ordentlich freile kriegen muss ich mal wieder nicht klar muss auch kein pfeil für mich einen volk einen voll aber das soll hier unten irgendwo sein entdeckt hier unten war jetzt unten wird wahrscheinlich irgendjemand stehen mir irgendwas ganz wichtiges zu berichten heute das war keine so schlaue das war jetzt nicht so geil ja nun nicht mehr hoch ich muss ich wieder ganz schön durch damals konflikt der schwede das mit dem quest hier das finde ich auch immer was soll ich jetzt machen hier schon wieder kein plan was ich machen soll doch ätzend ich weiß ich weiß nicht was ich jetzt machen keine ahnung mal gucken ob man hier jetzt wieder da oben rauf kommt natürlich nirgendwo einen haken oder sowas in der richtung ist ja auch alles viel zu einfach gewesen da kommt man nicht hoch alles gut da na denn das ist das das wohl so sein so Ich bin so zickig, haha. Ah, so lieben wir so einen Huntingmoor. Ist das ja die Kweste, wir gerade richtig haben? Werden wir hier hinten irgendwo sein? Alter, wie siehst du das hier alles so hoch? Was soll das? Ah, drüben soll ich hin? Muss ja auch mal irgendwo so ein blöder Haken sein oder so. Soll ich da wieder hoch oder was? Oh. Oh. Das ist die Wendung. Oh Gott. Oh ja, Alter. 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 Kommst du mal? Du kommst du mal kurz? Nee, nee. Den nimmer. Esser ist. Esser ist. Das ist die Krise. Oh ja. now das ist die Krise. Das ist die Krise. ein verkackt scheiße das ist auch richtig ungut so viele leben hier aber nicht mehr da oben kommt der oberboss legolas bring ihn zu feil ja das war doch mal wieder eine wunderschöne schnetzelein sowas muss man auch immer mal wieder haben mehr wenn weniger die anderen halt sind die die namen möchte gerne neue laufbevölkerung neue fähigkeiten neues alles haben wir gemacht haben wir gemacht war easy peasy da würde ich sagen machen wir jetzt auf den weg da das heißt wir müssten hier irgendwo da müsse da müsste irgendwo ein lagerfeuer sein das ist richtig gesehen also da jetzt so schräg hoch kurz wärmen und wir müssen jetzt irgendwie einen weg finden da hochkommen trefflich dass er natürlich genau hier keine hagen ja klar aber wäre auch alles viel zu einfach dann was war das jetzt ich gerade da geht ok jetzt jetzt hier so ein patrouillen weg von denen zu sein wo wollen wir hin da hinten mit also ich wisse so oder so über den fluss rüber und dann aber das sieht so aus wenn man wenn man da so einigermaßen ist irgendwie längst allerdings ist das hier auch bären gebiet nicht wahr hier würde ich sagen kommen wir über den fluss rüber und hier sieht das ja ein bisschen so aus als würden wir da auch wieder wo bist du? ja ja merci gerne gerne Wölfe ich mag Wölfe eigentlich quasi mein Lieblingstier aber ich werde mich fressen dann ist das doof nur satter Wolf guter Wolf du hier war das lager frei macht fertig ich mache fertig Ich meine, über den hatten wir gerade gelesen, dass der sich nicht vor... Ja, der hören wir, der fürchtet sich nicht vorfeuern. Wie passend. Es wird hier auch überall rumgewolft. Das ist ein Jack, aber ein ganz normales. Das darf vermutlich auch, aber wir können ja mal gucken. Das wird dann wohl der Höhlen werden. Und so jetzt gar nicht. Ich bin schon 10. So, äh... Hinter mir muss irgendwo eine Straße links. Ist die Straße hier unten links. Genau, da unten. Treppe hier. Da unten ist auf jeden Fall irgendein Lager oder sowas. Ach, nein. So. Ja, da hätte ich eigentlich in gewollt. Das ist ja cool. Höhlenlöwe. Aber warum liegt der hier? Ach, schon bisschen komisch. Da hätte ich jetzt noch einen Speer anräumen können. Und das ist das Lager, das ich vorhin erobert habe. Ja, da bin ich ja weit gekommen. Und hier soll ich jetzt aber doch noch irgendwo einen Weg längs führen. Und zwar in dieser Richtung. Habe ich richtig? Nein, noch hoch? Nee. Hallo, Ziege. Ich muss irgendwie da hoch. Aber da muss man ja erst mal hochkommen. Hier so. Vielleicht. Höh? Brenne! Äh, äh, äh. Dem geht's auch noch gut. Das ist schön zu sehen. Das widerlegt aber mal der Vermutung. Da kommt er auch nicht hoch. Hallo, lässt du gerade weg? Guck mal da hoch, ey. Jetzt ist es wieder auf der anderen Seite. Ich bin hier total durch. Also eigentlich habe ich gar keinen so schlechten Orientierungssinn. Aber das... Hier finde ich jetzt gerade irgendwie nicht so richtig... ...den Weg. Achso. ... ... ... ... eule verbrannt eule vergonha das wolfsruhe unterwegs praktisch im elch hinterher gesehen dann sind wir ja gleich da höhle der gefrorenen messer in süßen so soll die nächste folge heißen für heute sind wir dann erst einmal durch ich hoffe es hat euch gefallen nächste woche wieder an der stelle selbe welle und ja wenn es euch gefallen hat es noch ein like da kommentare freue ich mich immer sehr drüber und wo ist sicherlich auch nicht verkehrt alles klar bis dann